Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play League of Legends, ich bin's der Dü und wir spielen heute Vega in der Mitte. Was nehmen wir uns noch mit? Nehmen wir uns das hier so mit, ok das passt erstmal. Schauen wir mal, wir skillen erstmal die Q. So, wen haben wir überhaupt in der Mitte? Ich hab mir das nämlich nicht angeschaut, da bin ich dann immer mit der Aufnahmevorbereitung dabei. Weiß nämlich, das ist einfach nur Blind Pick, weil ich, weil ich nämlich aktuell meine ich ja ein bisschen Quinn und ja für Let's Play bzw. jetzt für Aufnahme auf YouTube eignet sich Quinn. Jetzt nicht ganz so besonders, weil ich schon gerade in der Playlist auf jeden Fall auch schon zwei Videos drin habe von Quinn, aber naja. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall Buend, schauen wir mal, er hat auf jeden Fall glaube ich eine große Reichweite als Vega, das heißt da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube der Countdown bin ich auch ein Stück weit. Ah, das wird nicht ganz so witzig werden. Ja gut, ansonsten haben wir, wen haben wir noch? Wir haben Lee Sin, der könnte, ja der könnte ein bisschen brutal werden, wenn er den kann. Na gut, wird man sehen. Hicka auf Top, Janna und Vayne auf Botlane im Gegnerteam. Bei uns ist es, gucken wir mal bei uns, Soraka, Soraka sehr sehr stark aktuell mit dem Heal. Beziehungsweise auch dann mit den Insane-Eargie, mit den Masterwies. Aber wir sind ja hier der volle, der volle Late-Game-Champion und ich mag es eigentlich sehr, sehr gerne, Champions, die in Slate ein Stück weit skalieren. Ah scheiße, direkt schon mal gemisst hier. Oh mein Gott, gar nichts bisher bekommen. Naja, oh mein Gott. Oh lol, hä, was ist hier? Der Minion ist buggy irgendwie. So, der wird vermutlich, ja, okay, jetzt endlich, jawoll. Aber da brauche ich mit meiner Reichweite, da kann ich hier eh nichts machen. So, muss einfach auf etwas aufpassen hier. Lalalala, zack. Oh, einfach mal ein bisschen abwarten hier. Die Lane beruhigen etwas. Naja. Okay, bisher noch nicht alles bekommen, aber es wird schon werden. Ich glaube, die Dicken geben, glaube ich, mehr an Stacks. Ja. Lalalala. Den kriege ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Ah, okay, gut, dann hat er mich gut erhieltet hier. Ah, naja. Okay, so wollen wir mal. Na, wir können ja eigentlich, wir können halt irgendwie nicht so wirklich viel machen, weil er mich gut wegpokt. Ich sage ja, höhere Wain schon so. Ich habe jetzt extra auch Teleport mitgenommen, weil ich eigentlich ein bisschen warm und wollte auf die Bottle ein. Okay, First Blood auf top. Oh mein Gott, ich mache ja keinen Schaden. Das ist nicht so cool. Ja. Okay, wir gehen mal zurück. Hat es abgebrochen? Ja, es hat abgebrochen. Okay. So. Worauf gehen wir als erstes? Wir hatten jetzt gerade auf jeden Fall ein paar kleinere Probleme zwecks Mana. Ich würde schon sagen, dass wir Richtung Mana auf jeden Fall gehen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Naja, gut. Zählt ja nichts. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall wieder voll. Okay. Gut, so. Was haben wir hier unten? Dann auf jeden Fall eine kleine, kleine Ansage zum Projekt an sich. League of Legends. Ich werde es immer mal bringen, wenn ich Lust und Zeit habe. Ich kann leider nicht wirklich einen festen Zeitpunkt davon sagen. Immer mal, wenn ich gerade mal ein bisschen Zeit und Lust habe, werde ich versuchen, ein bisschen League of Legends aufzunehmen. auf jeden Fall. Okay, gut. Den Trade habe ich schon mal zumindest etwas für mich entscheiden können. Ich hätte auch Teleport nehmen können eigentlich. Naja. Egal. So, zack. Ah, die Traits, die sind noch relativ ausgeglichen, aber ich habe einen leichten Nachteil. Das merkt man schon. Au, Temo ist schon 0,2. Das ist nicht cool. Auf top. Okay. Ja, ich weiß, das hatte jetzt nicht wirklich einen Effekt gehabt. Ah, der ist ja jetzt schon 6. Der nimmt mich halt locker. Der nimmt mich ohne Probleme, der Dude. Das heißt, wir gehen mal lieber auf die sichere Variante und gehen auf jeden Fall einfach mal back. Nehmen wir uns trotzdem mal noch einen Pott mit, weil der mich gut wegpokt. Ähm, die Frage ist hier, ob wir hier unten jetzt einen Kill holen könnten. Naja, glaube nicht. Oder? Ne, das wird sich nicht bringen, ne? Ich hatte kurz überlegt gehabt, aber ne, 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 ne. Oh, scheiße. Ah, Dreck, ey. Ah, das ist nervig. Alles raus bei mir. Das ist nicht so cool. Naja, müssen wir auf Slate halt hoffen irgendwie. Ah, gut, ich hätte mir jetzt hier noch ein bisschen Mana-Regeneration holen können. Aber der war halt auch noch nicht back gewesen, halt, ne? Überhaupt noch nicht, ne? Der konnte auch jetzt bisher gut farmen. Ziemlich free-farm auf jeden Fall gehabt. Ah, Temo auch wieder tot. Ah, Temo 0-3, beziehungsweise 1-3 jetzt mittlerweile. Heka läuft dort rum. Kann ich nichts machen gegen Heka. Aber wie gesagt, Late ist unser. Können wir mich jetzt... Das Problem ist nur, dass ich mich bisher halt noch nicht stacken konnte. Also, nicht vernünftig halt. Naja. Gut, probieren wir es trotzdem mal, dass wir hier so viel wie möglich noch an Stacks drauf bekommen. Zack. Und wieder ein Stack mehr. So, ich würde sagen, wir gehen mal wirklich mal ein bisschen warm. Aber der Heka, der ist halt auch fett wie Nix, ne? Das ist ein bisschen nervig. Na, dabei verliere ich halt auch in der Mitte ein bisschen mehr Form. Heka, es fehlt. Naja. Dann einfach versuchen wir immer mal selber noch ein bisschen mit zu poken jetzt. Oh, Temo. Okay, jetzt hat er den auch immer bekommen. Also, Wend fehlt. Er wird sich vermutlich auch weiße sein Blue abholen. Na, Zeit wäre dafür schon. Ne, oder? Ne, es kommt gar nicht hin, glaube ich. Der ist komplette SS-Scone. Doch, hat ein Blue abgeholt. Mir reicht nicht. Ehrlich. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Aber Olaf bekommt ihn, okay. Sieht momentan auch nicht gut aus. An drei. Ich stehe 0-2. Unser Team insgesamt 3-8. Naja. Wie sieht es auf Dingens aus? Botlane kriegt hier gerade noch einen Shot rein. Also, Heka ist auf jeden Fall ein großes Problem. Der steht schon 4-2. Ja, Formtechnik bin ich auch noch nicht wirklich gut mit dabei. Aber gut, dann ist natürlich klar, wenn man die Lane dann verliert, dann kann es nie wirklich gut aussehen. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, noch ist das Game nicht vorbei. Wir haben jetzt bisher 36 auf der, ja, auf unsere Skalierung drauf. Ja, das kriegen wir schon noch hin, denke ich. Einfach ein bisschen aufs Late warten. Ja, ich bin auch schon. Aber ich mach dem halt überhaupt keinen Schaden, ne. Wichtig ist, dass der Turret in der Mitte halt auf jeden Fall heilt. Ah, geil. Ja, aber das war auf jeden Fall schon mal eine gute Aktion. Den kann man auch mal einen guten Job schreiben. Zack. Timo geht gerade wieder Richtung Top. Ich geh auf jeden Fall mal Richtung Back. Wird vielleicht ein bisschen weiter hinten zurückproben sollen. Das wechseln nicht in. Ja gut, mehr kann ich mir jetzt eh nicht kaufen gerade. Nehmen wir uns noch einen Pink-Quart mit. Hier geht leider nix. Da muss ich aufpassen. Hier unten. Olaf macht das aber gar nicht so schlecht, oder? Ja, 1-1-2, das ist okay. Wenn der hier noch ein bisschen ran pusht, ähm, Hekarin, geh ich da mit rein. Ah, scheiße, ey. Nein, kein bekommen. Oh, war mein Teleport ärgerlich. Scheiße, ey. Mist. Das war ein doofer Teleport. Ich hab mir den Supporter rausgepickt gehabt, jetzt als Ziel, weil der relativ low war. Ah, ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ah, dafür fällt der Bot-Tarret. Aber die, die werden jetzt, ähm, ja, zu 100% Dwayke machen. Aber die waren relativ low life eigentlich, ne? Aber gut, aber kommen wir eh nicht mehr rechtzeitig an. Als Salz. Ah, ha, ha. Hm, 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 hm. Aber wie gesagt, wir haben das late. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir sind ein bisschen, glaube ich, wirklich ein bisschen gecountert in der Mitte. Ich bin jetzt nicht der krasseste Vega-Main, aber, ähm, ab und zu mal spiele ich ihn dann doch mal. Ist auf jeden Fall für mich in der Mitte auf jeden Fall eine Alternative. So. Und wir haben ja wirklich die, die Möglichkeiten. Ich geh mal hier lang. Ah, das hat nicht gereicht, ne? Ah, komm schon. Fuck, Mann. Oh, der Zoraka hier hat mich echt gerettet, oder? Okay, das war richtig schlecht von mir. Hab einen Tower-Shot kassiert. Und, ähm, hat Wuan seine Chance gesehen. Kacke, ey. Oh, nein, Hicka von Top. Oh, fuck. Wir brauchen, glaube ich, eher in der Mitte Hilfe. Mist, ey. Das ist halt auch kacke, wenn du dir halt wirklich nichts kaufen kannst. Die Farm, die sackt halt auch gerade momentan ziemlich stark. Warum, please take das Tower. Warum schreibt, ähm, Zoraka das? Zoraka macht das gut. Oh, das, ja, war nicht ganz so schlau, okay. Hm, toll. Nicht mehr willkommen. Ah, stehen wir unter nichts gut. Lalalala, ich brauche Minions. Ich brauche, 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 ich brauche. das war zumindest mal eine halbwegs vernünftige aktion aber ich wäre allerdings auch wieder fast gestorben dann gehen wir auf jeden fall nochmal weg könnten zwar noch ein bisschen gold gebrauchen wobei ich könnte dorans kann ich verkaufen wie gesagt mega einfach nur ap ap gleich rasur ohne ende aber unser team ist gar nicht so schlecht mit dabei der themo spielt gar nicht so schlecht obwohl er die lane so richtig verkackt hat und ja mal schauen das wird schon noch klar so kann auf jeden fall schon noch werden schauen wir mal so wie unser freund der andere auch ganz schön federn lassen aber wie gesagt so muss man dann halt am anfang auch gegen einen wäger spielen wenn der wenn ich jetzt ja gut stacken hätte können jetzt am anfang also keine ahnung dann wäre ich jetzt im midgame schon richtig richtig stark und also haben die natürlich jetzt ja ein bisschen ja noch noch das glück sagen wir mal so botlane ist dingens kann man da teleportieren lohnt sich da teleport ja teleport lohnt sich dahingehend ja komm schon los hol ihn take it jawoll hol ihn euch jawoll der olaf der macht das doch gut jawoll so schade eigentlich wieder aber du bist halt futter du bist halt relativ schnell auf futter als vegan das ist ein bisschen ärgerlich ahm relativ schlechte stats wo ich eigentlich gar nicht so mega schlecht spiele finde ich zumindest müsste mal den pink ward auch mal aufstellen irgendwie ne hierbei stand halt die ganze zeit ein ward deswegen habe ich den nicht hier rein gestellt meistens stelle ich den eigentlich hier rein weil ich will jetzt kommt mir ein pink ward ja eigentlich deswegen weil ich ja zumindest am anfang halt auf jeden fall weil ich ja auf jeden fall sicht haben möchte und ja auch nicht direkt möchte dass der gegner ja den dieses gold auch gleich bekommt eigentlich deswegen ist das mal eigentlich so meistens standardmäßig meinen ja mein pink ward platz kann man so sagen ah der nimmt mich halt mega schnell scheiße ach ja gut der ist halt natürlich gut gefiltert jetzt ja der steht halt auch 8 3 mittlerweile das habe ich wohl wahrscheinlich selber ein stück weit zu verursachen naja ok gut warten eigentlich immer noch auf rabattons ein stück weiter und es sind halt noch 2000 gold bis dorthin ja müssen wir mal versuchen noch mal ein bisschen safer zu spielen oh 1 6 ey meine güte nicht das beste spiel von mir auch auf vega mal schade nicht mehr geklappt gut hier brauchen wir auf jeden fall mehr sicht gleich wo er denn das halt komplett auf kam beziehungsweise nicht in reichweite hier so wir haben sogar mal eine zeit lang ohne zu sterben überlebt zack oha hier ist mir jetzt mal hier ist action na schade hat nicht gereicht ok die wollen weg machen ja gut dann können wir weg nehmen na schade das reicht leider nicht ja top ist halt das wird das war eben das problem gewesen was ich halt gesehen habe ok müssen wir sagen jetzt ein bisschen sputen zwecks der top lane aber themo kümmert sich schon drum und das ist okay und gut weil ich ja würde er jetzt eigentlich den stab kaufen genau und das erstmal ich mache halt auch nicht wirklich den den großen schaden wir haben wir haben es gerade an der jenner gesehen da ging halt wirklich nicht wirklich viel durch ähm hat er eigentlich großartig gekauft aber gut magieresistenz ja die geht auf jeden fall auf magieresistenz das habe ich schon gesehen gehabt okay damit haben wir auf jeden fall ein bisschen was gewonnen das ist schon mal gut weiter können wir weiter kann man nicht gehen ok ich dachte mir fast schon scheiße oh gut er kriegt aber gut was rein junge 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 ok ich gehe lieber weg ah der Lee ok schade der Lee bekommt mich noch ah ist das bad ist das kacke na gut er hat auch die jungler schuhe bestimmt ne oder was hat er für schuhe ne der hat nur ganz normale schuhe ok schade ich wollte eigentlich nochmal mit dem cage die nochmal bisschen ärgern dass man vielleicht nochmal ein zwei kleine hits drauf bekommen aber guck mal fadda auch agro gezogen konnte somit keine hits mehr drauf machen auf den tower und ähm dann kamen die auch schon ja bisschen ärgerlich die zeit wäre glaube ich noch gewesen da zumindest noch einen geringfügigen nutzen draus zu ziehen ich könnte mir jetzt hier vielleicht vorstellen dass hier vielleicht das hier machen ja sag ich ja ok das ist natürlich ärgerlich weil das jetzt gerade eine schon eine gut gewonnene situation gewesen war also auf jeden fall werde ich muss man so sagen werde ich auf jeden fall in dem spiel hier ein bisschen gecarried das ist nicht mein bestes vega spiel ja im to-end ist halt gefiltert halt also das ah ok das versauen sie sich gerade hier selber ein stück weit ah fuck man fuck mach aber auch wirklich zurzeit keinen schaden ne ich mach wirklich nichts an schaden ne das ist richtig ärgerlich und was hat die q eigentlich 99 also eigentlich sogar noch relativ ok aber zumindest so dafür dass wir halt die lane so hart verloren haben eigentlich naja ärgerlich das ist ein echtes problem er hat mich auf jeden fall gut überholt auch was formen angeht und so na gut form geht ein form geht eigentlich ist eigentlich noch relativ ausgeglichen was ausgeglichen halt dann auf jeden fall heißen soll naja gut mal toll aber dann eigentlich haben für die q Naja, solange Brent halt mit mir ein stück weit beschäftigt ist und die anderen die anderen auch gut killen. So, wir haben auf jeden Fall gleich Rabaddons. Das ist eine große große Power Spike. Erhöhlt sich unsere Fähigkeitsstärke enorm. Schade. Auf jeden Fall guten Poke schon mal. Das ist schon mal gut. Wollen die Fighten? Bin mir nicht sicher, ob die Fighten wollen. Oh, Olaf ist Blatt. Der ist ziemlich gefehlt bei uns. Na gut, es geht eigentlich. Die Cages sind zumindest halbwegs vernünftig. Na gut, dann warten wir auch mal auf Olaf. Ich ping die mal zurück hier. Bin mir auch nicht mehr da. Das bringt es nämlich nicht. So, kaufen wir gleich mal noch ein Pinkwort. Und gehen mal wieder zurück. Okay, auf jeden Fall ein sehr ausgeglichen und trotzdem sehr spannendes Spiel. Oh, guck mal. Das habe ich bisher auch, glaube ich, noch nicht oft. Na gut, kann man, glaube ich, machen. Auf, guck mal, ne? Das ist zurzeit ein sehr, sehr starkes Item. Ja, Mist, Temo. Leider keine Skills mehr. Jawohl. Endlich, Mann, Kill. Das werdet zumindest meine Stats mal etwas auf. Äh, oh, Junge, Junge, Junge. Kacke, ey. Ja, jetzt das hier machen. Als nächstes Item. Ja, ich müsste mir wirklich mal Items Sets auf jeden Fall mal anlegen für die ganzen Champions. Ich muss, muss ich sagen, ich habe es mal gemacht, dass ich mir Items Sets angelegt habe und sind die auf jeden Fall weg gewesen. Das war auch nicht so, wie so eine coole Sache irgendwie. Naja, was soll's. Okay, gut, wir haben natürlich super tolle Stats mit Wegern. Oh, Mann. Also einen Wegger Guide, der sollte ich wahrscheinlich erstmal nicht machen. Jetzt aber hier, endlich, ey. Reicht mir jetzt hier, der Mist. Mal schauen, ob wir unsere Stats vielleicht noch ein bisschen korrigieren können. Gucken wir mal. Oh, mein Gott. Wo endet? Ja, der nimmt mich natürlich mehr. Oh, das ist halt ein mega krasser Schaden, ne? Oh, krass. Vor allem hat er halt auch nicht die überkrassen Items. Na gut, Rabadons halt, ne? Wie viel Fähigkeitsstärke kommt da eigentlich? Ähm, 512. Na gut, ist halt aber auch zwei Level über mir da. Daran wird's vermutlich liegen. Dass er mich da so wegnimmt. Aber wie gesagt, desto mehr es in Richtung Late geht, desto besser wird die Erwäger auch. Natürlich auch die anderen, aber Erwäger auf jeden Fall etwas stärker noch. Ah, fuck, ey. Der Wendt, der macht massiven Schaden, der Wendt. Guck mal, ist wirklich stark. So. Ähm. Guck mal, leider auch gar nichts mehr. An Minions. Die will doch nur die Q machen. Zack. Zack. Bearman ist auf jeden Fall wieder da. So, da müssten wir eigentlich wirklich mal was gegen machen. Und noch keine Wischen bei Baron jetzt. Guck mal, leider auch gar nichts mehr. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. So, da müssen wir eigentlich mal was gegen das. Also Olaf geht runter, wir folgen ihm einfach mal, oh Dreck, na gut Zweig ist halt aktuell noch nicht so wirklich drin. Hm. Okay. Hm. Ja, jawoll der Cage, Stadt Cage, das war sauber. Boah. Wow, wunderbar. Super Sache. Ja, halt nur keine Minions, ne? Kein bisschen das blöde. Okay, hier oben wird, ah, okay, schade. Ah, fuck. Ah, schade, ich war viel zu greedy, ärgerlich. Ja, weil man den mitte wird jetzt nämlich sogar bekommen, schade. Ah, ärgerlich, wirklich sehr ärgerlich, blöd gemacht von mir. So eine sehr doofe Spielsituation. Vorhin hatte ich auch schon mal so eine Spielsituation mit dem Tower, ne? Wo wir das Spiel eigentlich auch so ein bisschen wieder hergegeben haben. Ärgerlich. Das sind halt wirklich noch die kleinen Fehler, die dann mir passieren. Wo ich allerdings halt selber dann im Nachhinein weiß, ah, okay, das ist jetzt natürlich doof. Auf der anderen Seite hättest du wohl so eine, hätte die Situation auch gut positiv halt ausgehen können, ne? Aber man, man greedet halt, ne? Ein Stück weit, ne? Gut, ich hatte hier allerdings schon ein bisschen längere Tower-Shot bekommen gehabt. Naja. Naja. Ärgerlich. Ja, jetzt haben wir natürlich dadurch halt gut was verloren halt, ne? Das ist halt beschissen. Ah, Baron ist halt jetzt, ne? Ah, die werden halt jetzt mit Sicherheit Baron machen. Was sollen sie auch sonst machen? Schade, einen Ulti habe ich noch rausbekommen, aber mehr auch nicht. Ist einfach abgeholt. Na, reicht das für die jetzt? Haben wir immer noch keinen Baron gemacht. Ah, okay, jetzt aber. Kommi, warum die so lange gebraucht haben, dafür? Aber okay. Na, Jenna hat er bekommen. Aber zwei tot bei uns wieder. Kacke. Unsere Botte ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Da, wenn wir auf jeden Fall sehr, sehr sięg. ein habe ich bekommen ärgerlich die kriegen aber auch schaden kriegen schaden rein tauscher zu den händen denken wir den scheiß einfach weg mega ärgerlich ich hoffe er geht jetzt nicht dort rein so greedy wäre richtig ärgerlich ich hoffe nicht dass ich das spiel durch meine aktion ein bisschen verloren aber das wäre wirklich richtig kacke das wäre richtig kacke nein wir geben jetzt doch nicht auf niemals niemals geben wir auf so haben wir jetzt hier den top tower halt halten ok wir haben halt auch dumm gefeiert halten wir haben halt wir haben sie halt auch mit baron teilweise gefeiert ich hatte ja versucht noch zumindest aufzuhalten dass die bärmänner bekommen aber eigentlich war es im grunde auch klar gewesen dass wir keinen bärmänner bekommen kacke kacke das war wichtig aber müsste war aber auch daneben gesetzt ok jetzt was kaufen wir uns überhaupt noch genau das ist auch nicht ganz so ja gut das kann uns vielleicht noch mal vor einem tod auf jeden fall retten das ist jetzt der vierte du kacke ja kacke 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 wir brauchen eigentlich jetzt den inhibitor wir brauchen eigentlich jetzt den inhibitor ich bin aber auch mal dort hin unterwegs bin allerdings noch 16 mir fehlt halt noch und mir fehlen halt noch zwei level nutzen das funneter entfernt kacke 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 zack zack fern fern Aber wir sind ganz schön out of position hier Nein Mist Boah, ganz schön out of position hier Kacke Den Fight habe ich aber auch mit verursacht Scheiße, ey Dass er nicht gerade gut war Der Fight Oh, die müssen halt überleben Oh, so lange zu überleben Oh, guck mal Der macht das, der macht das Guck mal, reißt das Jawohl, nice Guck mal Oh, der rasiert, lol Nicht schlecht Besser als ich auf jeden Fall Ja, ich hab mir ja zuerst Hatten wir uns ja den Lee Sin geholt Aber Ja, das war so Von der Sache her war das okay gewesen Aber wir waren dann wirklich Ziemlich out of position Das waren dann zwei Leute Die vom Fight her out of position waren Allerdings, guck mal Ist halt zur Zeit Im aktuellen Page halt mega stark Ja, hier Bum, 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 bum So Dann gehen wir mal Richtung Top Zack 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 Und Schlitz Wie hat man jetzt eigentlich Mit der Q gestackt 190 im gesamten Spiel Das ist eigentlich viel zu wenig Mach man so sagen Gefällt mir ja Wie gesagt Ich bin selber ein bisschen Traurig halt Über meine Performance Gerade mit Wager Aber zählt ja nichts Hier gibt es gerade den Fight Da sind auf jeden Fall schon Ein paar gerade ziemlich low gepokt щiet Genau Das ist wichtig Ich bin natürlich Ich bin ugi ja okay gut das war's wo sich auf jeden fall ein bisschen gecarried kann man denke ich nicht so anders sagen aber manchmal muss man auch mal glück haben dass die teammates das zumindest reißen können und ja wie gesagt ich habe glaube ich einen relativ harten lagen gegner auf meiner lagen gehabt mit wend das war auf jeden fall nicht ganz so cool ja auf jeden fall war das eine weitere runde league of legends über eine positive bewertung oder über ein abo würde ich mich auf jeden fall sehr freuen und ja schaut auch auf den anderen projekten vorbei und dann würde ich sagen sehen wir uns einfach mal in der nächsten runde league of legends wieder wenn ihr mal gegen mir gegen mich spielen wollt dann ja schreibt das einfach mal in die comments dann werden wir damit sich halt einen weg finden bis dahin